Servus Leute, jetzt sind wir hier wieder am Start. Ich habe meinen geilen Bucket auf dem Schädel und ich schwinge mich hier doof durchs Haus. Genau, Haus kann man das noch nicht nennen. Was wollen wir machen? Wollen wir unser Haus bauen jetzt? Ja, ich würde sagen, erstmal gehen wir noch ein bisschen runter. Noch ein bisschen runter? Lass mich mal noch kurz hier Stuff einlagern. Stimmt, mache ich auch. Einfach irgendwie jetzt reinklotzen, ob wir da das sortieren wollen, das können wir uns später noch überlegen. Wie, wie öffnen wir dann gleich die Kisten? Ach, da unten ist jetzt Achtung. Ah, ich bin eine andere. Okay, ich stell's. Gibt's eine Taste, mit der ich ganz schnell alles rein tun kann? Also wie bei Minecraft, dass ich... Bei der Kiste rechts, Loot all, Deposit all, Quickstack. Schnellstab, was? Da ist ein Viech drin. Ah, danke. Bei der Kiste, rechts davon, da steht ja Kiste, Loot all, Deposit all, Quickstack. Warte kurz. Ja, ja, ja. Ich darf hier machen. Ach, du bist gerade in der Kiste. Ach so. Ich verstehe. Was ist denn ein Jäger-Trank? Ach so. Soll ich dir mitnehmen? Äh, liest du durch. Soll ich dir mitnehmen? Ja, kannst du machen. Ich spiele aber auf Englisch und bei mir heißen die Sachen alle etwas anders. Ach so. Ich hab's hier auf Deutsch. Ja. Kopferkutsch, wer braucht man nicht? Eicheln? Das kannst du eigentlich wegwerfen. Du hast hier im Mülleimer-Inventar. Das braucht keine Sau mehr. Okay. Wie, wie löscht er das dann? Jetzt ist die Spitzacke im Mülleimer drin. Genau, ja. Und wenn du nochmal was rein tust, dann... Ach, dann ist die weg. Genau. Ja, ich verstehe. Da wird immer das letzte Item noch gerettet. Ah, das ist cool. Gut, danke. Ich bin ein Depp, jetzt habe ich die Erze abgelegt. Sandblock. Was, Matschblock? Glibber. Hast du die Erze jetzt? Die liegen in der anderen Kiste. Was brauchst du? Ja, ich wollte nochmal schauen, ob ich... Moment, ich muss... Alter, ich muss mein Inventar mal ein bisschen aufräumen hier. Gut, hab ich gerade gemacht. Ich wollte schauen, ob ich mir eine Axt machen kann, ob wir dafür noch genug... Irgendwie... Wir haben, äh, wie viel braucht man denn für so eine Axt? Für so eine Silberaxt? Das weiß ich nicht, weil ich keine Erze habe. Geh mal raus aus der Kiste da, bitte. Silber oder Eisen? Was ist besser als Silber, oder? Ja, Silber ist schon besser, aber Eisen reicht eigentlich. Ist ja nur zum Bäumefällen. Kannst auch Silber nehmen, wein nicht. Okay, jetzt... Ich hab mal mir das Eisen gesnackt. Wo ist unsere Bergbank eigentlich? Hier ist unsere Bergbank. Äh... Eisen. Was braucht man noch? Da musst du an die... Da musst du an die Dingens, hier. An den Amboss. Ich brauche auch noch Holz, oder? Achso, an den Amboss. Aber Holz brauche ich auch dafür. Ja, warte, ich kann dir auch einfach... Ich kann dir auch einfach kurz zwei... Äh... Es reicht nur für einen. Eins fehlt uns noch. Ich hab noch. Obwohl, nee, 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 es reicht sogar für zwei. Achso, gut. Mach du einfach. Bau du einfach. Genau, ja, hier. Hier, bitteschön. Juhu, danke. So, dann kann dir meine Kopfhaxt weg. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir los, oder? Stellen wir noch ein... ...zeugnis unseres... ...lassen Überlebenswillens auf. So, was soll hier stehen? Äh... ...schreib... ...was weiß ich. Uh... ...was hast du denn geschrieben? Selber. Das war nicht lustig, aber mir fiel nichts besser als ein. Hä... Sind sie noch da? Jaja, klar. Keine Ahnung. Mir stehst du still. Jaja, ich sortier grad im Inventar ein bisschen. So. Okay. Ich hab einfach drauf geschrieben, äh... ...nicht homosexuelle Gemeinschaft von... ...Tobi und Chris halt. Achso, ja, das... ...so ist gut. So, wir wissen, wer drinnen wohnt, ne? Jaja, klar. Okay, ich würd sagen, wenn wir jetzt... ...kommen irgendwo Knechte und denken sich, ja geil, neues Haus. Wenn wir jetzt einmal hier durch sind, dann können wir, ähm... ...so, Hasen töten erst mal. Wenn wir hier jetzt einmal noch in der Höhle durch waren, können wir anfangen, unser Haus mal zu bauen. Wird Zeit aber. Ja, noch ein paar Goldkissen vielleicht finden, ne? Jaja, wenn wir jetzt das nächste Mal unten waren. Hier war's, oder? Jop. Ah. Warte mal. Dann lass doch da mal. Wie viele Fackeln hast du? 14. Okay, warte, dann geb ich dir gleich ein paar. Ah, mit Shift kann man sich das Item, äh, die Fackel in die Hand nehmen, quasi. Genau. Ja, das kriegst du immer, wenn du übern Block fährst und drückst Shift, nimmst du immer das in die Hand, was du brauchst. Ah. Ah, ich verstehe. Aber die Leuchtdings bringt's irgendwie mehr. So ein Leuchtding. Oh, das ist cool. Somit wird's ein bisschen angenehmer als Höhlenforschen. Jetzt hab ich mein... ...mein Thread gedroppt. Das wollte ich jetzt nicht. So. Wir müssen ja erstmal ganz tief, glaub ich. War's nicht so? Ja, bleib kurz da, dann kann ich dir gleich Dingens geben. Ich bin jetzt schon wieder weit unten. Äh, geh mal in die grüne Party wieder rein, ne? Ganz wichtig. Ach so. Ah. Ja, geh einfach runter, ich komm gleich nach. Bin auf dem Weg. Gut. Kannst du ein paar Fackeln von mir haben. Weil ich hab 87, also da geht dann schon was. Sehr gut. Huh. Ah, da ist dein Grabstein. Ah. Wahnsinn. Jetzt mit Double Jump ist richtig angenehm, das freu ich nicht mal mehr in den Haken. Haha. Den nehm ich dafür. Werde ich auch mal Double Jump finden? Das stört mir nicht, gell? Was? Das stört mir nicht, gell? Warum habe ich hier so viele Fackeln gebaut? So, warte mal. Dann habe ich die Erze mitgenommen. Äh, 40 kannst du es haben. Warte mal. Ah, jetzt mal wieder eine. So, das war's. Juhu, danke. Oder? Jo. Du kannst dich auch so retten. Hallo, Slime. Stirb. Sehr gut. Autsch. Shit. Hatt ich meinen Double Chomp schon verbraucht. Haha. Boah. Mussten wir runter. Okay. Aufpassen auf die Piranhas. Das ist Mother of Slime. Die spaltet sich auf. Okay. Die Piranhas, die droppen mal so zu haken. Tyrus, kannst du Ding jetzt machen. Haken haben wir doch schon. Ja, genau. Ich weiß. Aber wenn du ihn nicht hast, musst du Piranhas killen. Alles klar. So, jetzt werfen wir hier mal ein paar Glow Sticks rein, dass wir hier mal im Wasser was sehen. Warte mal. Ah. Ja. Hammer. Und jetzt? Jetzt. Aufpassen, aber wir haben gute Buffen eigentlich. Also es passt dann schon. Ich habe euch meine Glow Sticks hingeworfen. Weiß ich nicht. Hast du sie alle weggeworfen, oder wie? Ich wollte eigentlich. Ich glaube, ich habe eigentlich gar keinen geworfen. Ein paar Spinnennetze. Oh, da unten ist noch Gold. Das hole ich mir noch. Du kannst ja schon mal ein bisschen weiter erkunden. Ich schaue hier oben gerade. Hier ist so ein komischer Zombie oder sowas. Ja, ja. Einfach wegmachen. Klar. Wir haben einen Teil von den Mother of Slime übersehen. Echt? Piranha stirb. Mal schauen. Ich würde mir schon überlegen, dass wir heute mal kurz in der Hölle vorbeischauen. Ach so. In der Hölle. Bist du mal? Ja. Ja, ne? Ja, gehen wir doch in die Hölle. Wo bist du? Bist du da unten? Ja, geh mal stur, oder? Passt an. Bist du unten? Wie schwimmst du da irgendwo rum? Ich glaube, wir mal wieder einen Glow Stick hier. Wie nehme ich die auf wieder? Ach, das geht ja gar nicht. Verdammt. Wo bist du hin? Wo könntest du mal hier herkommen? Ich weiß nicht, ob wir das schon gelootet haben, aber ich habe noch so ein Hideout gefunden. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht. Ja, das ist auch der Warme schon unten. Sehe ich gerade, weil da keine Kiste mehr drin steht. Ach, das war ich weiß. Ich weiß, wo das war. Da haben wir doch den Trank da benutzt, um da hinzugraben. Ja, du könntest mir helfen, die Mauer hier mitzunehmen. Weil die recht geil ist eigentlich. Die kann man gebrauchen. Muss man da nicht kranken. Warten. Verdammt. Erlauben. Warte, warte, warte. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich werde Bomben da gleich. Stress. Achtung. Ich schleudere da hin. Weg, weg, weg. Wie viel Bomben machen die? Oh. Boom. Boom macht die. Was die Mauer mitnehmen? Wie mit dem Hammer, gell? Ja. Ich schaffe noch mal eine Bombe rein, dann sparen wir uns da. Sparen wir uns da was. Das soll der entlang, die kaputt zuhauen. Ja, ich weiß nicht, nicht komplett, nur ein bisschen halt, ne? Ja, ja. Sieht nämlich nice aus, oder? Ich habe 33, weil die Bombe halt einfach reinhaut. Ich habe 46. Ja, ich, das langt dicke fürs Erste. Kisten-Room oder so. Ah, hast du eine Tür hingemacht? Können wir vielleicht unseren Keller, wenn wir uns wirklich einen Keller bauen, damit ausstaffieren oder so. Ja, damit es cool aussieht. Hast du noch Clow-Sticks? Elf Stück. Aber von da kommen wir her, also ich würde eh sagen, dass wir oben besser lang gehen. Oben? Nicht er, weiter runter er. Uns graben stur. Stimmt eigentlich, ja gut, machen wir, kramen wir uns hier runter. Moment, ich gehe links. Pass mal auf. Aua. Okay. Pass mal auf. Wieder die schöne Technik. Ich bin begeistert von den Glow-Sticks. Ja, ja. Dann haben wir hier beim Graben immer Licht. Hatten wir schon. Sehr gut. Ja, toll. Wir sind rechts dann jetzt. Gleich, da ist was. Siehst du das? Ach, das ist, lol. Da waren wir auch schon. Siehst du das? Unten rechts ist ein Gang von uns. Echt? Ja, ein bisschen weiter rechts. Bin da. Da habe ich das ja deine Auflösung umgestellt, ne? Ja. Ah, jetzt sehe ich's. Weil eben, äh, das kam uns halt arg kleint worden. Darum habe ich halt meinen Vorschlag gemacht, dass es vielleicht die Auflösung höher schraubt. Was war das denn? Black Slime. Ja, da waren, da waren ein paar Sachen unterwegs. Bin auch gestorben. Oh je. Ja, wir können ja gleich stur wieder runtergehen. Wir haben halt noch keine Leben. Das ist das Problem. Wir müssen ein paar Lebenskristalle finden. Ich hatte es sogar schon, einen doch. Ja, ja. So. Ja, ich könnte jetzt ja mal. Was machst du? Willi erstmal noch mitnehmen. Ich laufe schon mal stur. Hast du noch ein paar Fackeln? Ja. Ich laufe schon mal stur weiter. Ich kann vielleicht auch mal an, mir eine Rüstung zu craften. Ja, ja, geh du schon mal runter. Bisschen farmen. Hui. Vielleicht schon mal eine Rüstung anfangen jetzt, ne? Weil ich bin halt arg fragil. Ja, ich, ich, ich frage mich, warum ich gestorben bin. Ich glaube, ich war einfach zu langsam, um mir das Schwert zu holen. Ach, wir haben hier noch Bomben drin. Das ist cool. Die nehme ich natürlich mit. Ja, die habe ich da gelassen, glaube ich. Ja, die helfen. Die nehmen wir mit. Geh du lieber damit um. Ich bin da noch nicht so mit vertraut. Sage ich mal. Iron Bar, Iron Bar, Iron Bar. Ich hoffe, ich gehe jetzt wieder einen richtigen Weg nach unten. War schon. Oh, ich bin schon zu weit gelaufen, glaube ich. Verdammt. Toll. Aber der Bucket kostet drei Eisen, ne? Gibt genauso viel Defense wie dein Kupferhelm, der 15 Kupfer kostet. Haha. Oh Gott, hier sind die schwebenden Augen. Die sind so hässlich. Diese hässlichen schwebenden Augen. Weißt du, was ich meine? Richtig lustig, gell? Ist doch richtig angenehm. Oh, ich könnte eine Sticky Bomb craften. Das lasse ich aber sein. Okay. Hat mal ein Freund von mir gemacht, hat das ganze Haus verwüstet. Fand ich gar nicht lustig. Dann war er einfach putz an der Wand, war das Ding. Und dann hat es auf einmal bumm gemacht und dann war ein fettes Loch in der Wand. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ziemlich ärgerlich. So, Zombie weg. Wir sind dafür, dass wir noch so im Early-Game sind, ganz gut equippt, aber wir haben kaum Stuff, also kaum Leben. Wir sind total fragil. Schatzlos. Wie findet man denn so dumme Kristalle? Eigentlich recht häufig. Den nächsten kriegst du. Okay, danke. Weil ich habe ja schon einen. Oh. So. Hier schon runter mit dem geilen Enterhaken. alter zombie nervt mich halt nicht was was ja er will stress ja er denkt er gibt mir denkt er er denkt er denkt er denkt er denkt was soll mich so tun sie denken denken gar nix hier war mal hier liegt unser klostik noch schaffen können wir in der hölle vielleicht einen höllenofen mitnehmen was macht er so sehr wie normaler offen nur hellenmäßiger also natürlich mehr materialien verarbeiten soweit ich weiß ist egal hölle ist einfach cooler es ist ja so ein hässlicher hallo hölle 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 gestärben wurm danke was penetrator wurden ja er erwartet ist noch so alter wirklich black slime ernsthaft jetzt sehe ich auch den dank von uns ich gerade mich schon mal weiter runter einfach ich bin eh gleich da ich muss jetzt nur irgendwie hierhin kommen ohne schon wieder zu verrecken weißt du was eigentlich schlauer wäre ich gerade mich rüber zu unserem alten gang das viel schlauer eigentlich ziemlich fest gerade so ich weiß nicht wie ich da jetzt da doch ich kann ja gut kann man helfen pass 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 ich hab's geschafft wollte die bomben nicht wachsen dafür okay dumm wie ich war habe ich dies neuen als liegen lassen die habe ich auch nicht nicht messer und wir haben schurikens aber hier habe ich liegen lassen weil ich ein depp mann mir doch der problem ich habe ja auch liegen lassen weil ich damit eh nicht umgehen kann wo geht es runter hier geht es runter das kupfer nehme ich mir mal mit kann ich auch meine kupferrüstung bauen dann so auch wenn du willst das ist eine fette kupferader das reicht dann da kriegen wir genug draus ich bin einfach mal schon weiter gerannt ich habe nur noch zwei leben natürlich auch nicht schlecht und hänglich an die wand und warte kurz bin gleich da achtung zombie fällt gleich runter achtung ich glaube ich bin geschützt wo dazu neun ich hänge ein bisschen ab ich bin gleich unterwegs na klar das muss sein weil ich brauche eine rüstung und wie mir jetzt kein 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 gold gleich wasten weil wir gold noch bauen können für anderen staff im moment ja auch erst mal eine kupferrüstung die reicht fürs erste und goldschwerter haben das auge finden dann können wir auch auf katholoma machen sagen wir nicht böse wenn ich gar nicht weiß wovon du da und redest aber ja der erste boss halt das auge von katholoma ach ich erinnere mich was ich hänge an der decke warum erwischt er mich so viel kupfer ja aber so viel kupfer ist ja nicht mehr schön nicht was ist denn hier für ein komischer gang da passt er immer noch nicht durchkomme ich renne hier noch ein bisschen rum irgendwelche potions mit ich habe ein paar glaube ich ich habe so halt ja ich schnapp mir einfach so einen komischen halt krank